Wie wir gehört haben, ist es so, dass im Rahmen des Blue Planet Projects auf Otto Kiene Katharina Mayer als Künstlerin folgt. Nun wird zu uns Gabi Kraushaar sprechen. Sie ist Galeristin aus Düsseldorf, die Katharina Mayer schon lange Jahre kennt, in ihrer Galerie viele Ausstellungen mit ihr organisiert hat und auch Mitherausgeberin eines Buches ist. Wer sonst könnte uns Katharina Mayer besser näher bringen? Darf ich Sie auf die Bühne bitten? Bitte begrüßen Sie mit mir Gabi Kraushaar. Ich darf Ihnen vielleicht erst einmal den Preis vorstellen. Das ist dieses Objekt mit dem roten Rahmen und der Fotografie, die beidseitig ist. Es ist ungewöhnlich, dass als Preis ein Kunstwerk vergeben wird, muss ich zugeben, aber es ist sinnvoll. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Hintergrundinformationen über Katharina Mayer und über ihre Haltung zu ihrer Arbeit geben. Sehr geehrter Herr Bördel, liebe Gäste, mit Katharina Mayer tritt heute eine jüngere Künstlergeneration und ein anderes Medium, die Fotografie, an die Stelle von Otto Kiene, dem bisherigen Gestalter des Preises für den Blue Planet Rat. Ich möchte Ihnen im Folgenden eine Vorstellung geben von den Arbeits- und Denkprozessen der Künstlerin. Diese sind im Wesentlichen bestimmt von ihren Kindheitserinnerungen, von ihrem Interesse am Menschen, von ihren Lehrern und ganz besonders von der ganz speziellen Eigenschaft der Fotografie immer ganz nah an der Realität zu sein, sie zu benutzen, sie abzubilden, zu dokumentieren und zu hinterfragen. Zu ihrer Kindheit. Katharina Mayer wurde 1958 als eins von fünf Kindern, sie hat drei Schwestern und einen Bruder, in Rottweil am Lecker geboren, sie ist Schwäbin, man hört es noch, studierte Kunstgeschichte in Freiburg und ging dann 1988 bis 1992 an die Kunstakademie in Düsseldorf zu den Professoren Landungor und Bernd und Hiller Becher. Katharina Mayer lebt in Düsseldorf. Die fotografische Arbeit ihrer Lehrer Hiller und Bernd Becher hat sie geprägt. Das ist die Typologie, das künstlerische Prinzip der Serie, in dem sich die einzelnen Objekte kaum unterscheiden, jedoch im direkten Vergleich in ihrem Anderssein erkannt werden. Die sachliche Arbeitsweise der Bechers, nämlich nüchtern und beziehungshaftig, schafft eine Ordnung, die dem Betrachter ermöglicht, durch vergleichendes Sehen das Individuelle in der Differenzierung zu erkennen. Die Bechers als Akademielehrer in Düsseldorf wünschten sich, dass die Studenten ihre Themen systematisch, konsequent bearbeiteten und dass sie ihre Themen selbst finden. Sie vermittelten ihren Schülern, Ausstellungen zu besuchen und Bücher zu lesen. Das heißt, sich umfassend zu informieren und sich mit dem breitesten Kulturbegriff auch historischen Ansätzen auseinanderzusetzen. Dies Prinzip hat alle Becherschüler geprägt. Ihre Fotoarbeiten sind klare Blicke auf ihre unmittelbare Umgebung und somit Ausdruck von der sozialen Kraft unserer Gesellschaft, sei es in den präzisen Darstellungen charakteristischer Gebäude und Innenräume, ebenso wie in den Porträts von Katharina Mayer. In der damaligen Becherklasse, also der Fotografieklasse der Akademie, wurde ein Schriftsteller besonders häufig gelesen und wird auch jetzt immer noch zitiert. Es ist Roland Bacht und ich möchte ihn hier auch zitieren. Ins Zentrum gehen heißt, die soziale Wahrheit treffen und die ist meist in der anonymen Alltäglichkeit. Die anonyme Alltäglichkeit um sie herum ist für Katharina Mayer immer der Anstoß zu ihren Fotoserien. Mit den Titeln Getürkt, Seance, Maria Frieden und Familia. Jede Serie entstand in einem besonderen Prozess. Und da ich Ihnen die Arbeiten heute nun leider nicht vorstellen kann, möchte ich Ihnen folgenden kurz diese Prozesse beschreiben. Katharina Mayer lebt in Düsseldorfer Stadtteil Flingern. In dem in den 90er Jahren, diese erste Serie entstand, zwischen 92 und 97, in diesem Stadtteil lebten viele türkische Frauen mit ihren Familien. Sie sah die Frauen täglich auf der Straße, im Einkaufsläden oder in Imbissstuben. Sie ging in das türkische Zentrum und sprach sie an. Sie wollte sie fotografieren. Auf dem Flohmarkt in Gelsenkirchen ließen sich die Frauen mit ihren Kopftüchern nur von hinten von ihr fotografieren. Es entstand eine wunderschöne Serie mit bunten Kopftüchern. Aber das war nicht das, was die Fotografin wollte. Das Projekt, das sich dann über mehrere Jahre hinzog, bedingt durch die Abklehnung der Frauen, sich fotografieren zu lassen, durch ihre Scheu und auch aus Angst, das Foto könnte in die Öffentlichkeit gelangen, dieses Projekt wurde erst realisiert, als sich die Fotografin zusammen mit einem türkischen Fotografen zu einer türkischen Hochzeiteinladen ließ. Ihre erste hunderteilige Fotoserie nannte sie Getürkt, das nach Brockhaus so viel wie inszeniert, fingiert und auch getäuscht bedeuten kann. Diese Serie zeigt 100 Frauen mit der Verhüllung, wie es bei türkischen Frauen Tradition ist. Einige der Fotografierten sind Türkinnen, andere aber sind Deutsche. Die Serie Türkinnen und Deutsche Frauen in türkischer Tracht ist gekennzeichnet durch eine große Strenge im Aufbau, was durch den ernsten Blick der Frauen auf die Fotografie noch betont wird. Die Hintergründe auf den Fotografien, Kleider und Tücher der Frauen zeigen eine Vielfalt von Farben und Formen. Die künstlerische Ästhetik dieser Serie ist so verführerisch, dass beim Betrachter die Gefahr besteht, getürkt zu werden, wenn er keine Kenntnisse des vorausgegangenen Prozesses hatte. Zum anderen verweist der Titel auch auf die trügerische Möglichkeit der Fotografie, mit der Katharina Mayer immer wieder spielt. Eine andere Serie ist die der Seancen, entstanden 1998 bis 2000. Man kann es übersetzen mit Zizun. Es ist eine 25-teilige Serie. Sie zeigt große Frauenporträts, die von hinten aufgenommen sind und dem Betrachter den Blick verweigern. Die Kommunikation zwischen Bild und Betrachter ist gestört. Das Gesicht des Individuellen der Frau ist nicht sichtbar. Der feminine Körper ist abstrahiert, reduziert auf eine der Schönheit verpflichtenden Ästhetik. Die Arbeit von Katharina Mayer verläuft in Prozessen, die sich zeitlich überschneiden. Und so entstand 1998 parallel zu diesen außergewöhnlich ästhetischen Seancen hier in Berlin während eines Stipendiums im Rehabilitationspädagogischen Wohnheim für geistig behinderte Frauen Maria Frieden die Porträtserie Maria Frieden, die sie mit den Frauen erarbeitete und ihnen dann als Geschenk machte. Das heißt, die Arbeiten verblieben als Porträtgalerie. In diesem Wohnheim der Frauen und die Frauen waren sehr stolz auf ihre Porträts. Das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, ist für ihre Arbeit eine wichtige Voraussetzung. Die Kommunikation und damit das beiderseitige Interesse von Fotografin und Modell stellt sich erst dann ein, wenn Zuwendung und Respekt aufgebaut sind. Dies aufzubauen erfordert Zeit und Geduld und ist ein charakteristischer Vorgang in der Fotografie heute. Dieser Zwischenmenschliche ist der soziale Aspekt in ihrer Arbeit. Sie geht ja als Fotografin, als Künstlerin in die Gesellschaft und will anschauend machen, was in der Zeit passiert. So entwickelte sich die Serie Familia, in der sie die unterschiedlichen Formen von Familie heute zeigt. Diese Fotografien sind wie Bühnenbilder inszeniert. Jede erzählt ihre eigene Geschichte von Wirklichkeit und Traum, von Wünschen und Seelsicht. Der ganze Kosmos menschlicher Gefühle wird in dieser Arbeit zum Bild. Die letzte Arbeit, die ich noch erwähnen möchte, ist die Arbeit, die im letzten Jahr entstand, das Gastmal der Freunde, eine Fotoarbeit, die im Refektorium eines Büsseldauer Plosters zusammen mit Obdachlosen entstanden ist. Sie zeigt die Obdachlosen an einem langen Tisch, die sich dort im Regengespräch und mit deutlichen Gesten versammelt haben. Dies Bild erinnert an das berühmte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Der Titel, das Gastmal, ist dem Titel vom Gespräch über die Liebe von Platon entnommen. Das Interesse am Mitmenschen zeigt sich in ihrer Arbeit vielfältig. Sie begibt sich nicht, um unsere Gesellschaft und Brennpunkte zu dokumentieren, sondern ihr Interesse gilt immer neben dem fotografischen Resultat auch diesem Prozess, dem sie sich aussetzt und von dem sie überzeugt ist, dass er etwas verändern kann. Denn die Kunst verändert nicht die Welt. Die Kunst verändert den Menschen. Und der Mensch verändert die Welt. Diese Botschaft liegt in ihrer Arbeit, die immer geprägt ist von privatgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen, sozialgeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Zusammenhängen. Ihre Arbeit als Fotografin hat sich über die Jahre nicht nach der Nachfrage am Kunstmarkt entwickelt, sondern nach ihrer inneren Notwendigkeit mit Empathie, Neugier und Beharrlichkeit sich den Problemen unserer Gegenwart mit den Mitteln der Kunst zu nähern. Sie zu befragen und sie ins Bild zu setzen, wobei bei Katharina Mayer Sehnsucht, Wunsch und Traum ebenso den Kosmos Mensch prägen wie Sachlichkeit, Präzision, Distanz und Schönheit. Die Arbeit, die Sie hier heute sehen, die das Geschenk für den Blue Planet Award ist, zeigt einen solchen Kosmos. Und ich hoffe, Sie haben Freude an der Arbeit. Auf Ihnen möchte ich einmal die Tasse von Otto Kina mit dem Blue Planet überreichen und die Photoshop-Kopierung. Vielen Dank, Frau Klauser. Vielen Dank, Frau Klauser. Vielen Dank, Frau Klauser. Vielen Dank.